Hi Folks, herzlich willkommen hier in der Nerdzentrale zum aktuellen Lootchest Unboxing, natürlich mit mir, mit eurem Bernie81. Ich habe irgendwie das Gefühl, das letzte Unboxing ist schon ewig her, obwohl das ja eigentlich gar nicht sein kann, das ist ja genau ein Monat her. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass die aktuelle Lootchest hier bei mir am Start ist und ja, ich bin auf jeden Fall wieder sehr neugierig, was diesmal hier drin ist. Deswegen legen wir auch direkt los und schauen mal gemeinsam, was hier Schönes drin ist. Ich hoffe ja, dass da was Schönes drin ist, denn dafür bestellt man sich ja schließlich diese Lootboxen, dass man überrascht wird und dass man sich dann freut, dass da cooler Loot drin ist. So, und ich fange jetzt einfach mal mit dem T-Shirt an, weil mich das hier gerade schon so anspringt und weil das diesmal auch nicht schwarz ist, wie so oft, oder dunkel, sondern es ist grau und das finde ich eigentlich immer ganz cool und jetzt bin ich mal gespannt, was das hier ist und zwar Terminus Barbecue, we'd love to have you for dinner. Ja, ja, und ich stehe jetzt hier wieder mal wie der letzte Otto und weiß nicht, was das für ein T-Shirt ist, aber das muss ich mal gerade sagen, das finde ich sehr lustig, Barbecue, das ist ziemlich passend für den heutigen Tag, denn während ihr dieses Video hier seht, bin ich gerade in Jönbeck bei Nerdstar und hau mir da genüsslich die Wampe voll. Denn aktuell findet gerade das Nerdstar Family Grillen statt. So, das T-Shirt ist cool, das hat auf jeden Fall ein sehr nices Design, muss ich nochmal gerade drauf eingehen, hier mit dieser gebrochenen Schrift und dann auch vor allen Dingen in Grau, finde ich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Wenn ich dann vielleicht noch rausfinde, auf welches Franchise das bezogen ist, dann finde ich es vielleicht noch besser oder vielleicht sage ich dann auch, um Gottes Willen, da will ich gar nichts mit zu tun haben. Dann haben wir hier, ist auch schon etwas länger her, mal wieder ein Snapback, eine Snapback und zwar vom C64, das ist natürlich ein schickes Teil, das ist richtig schön retro, ist vor allen Dingen auch eine Originalkappe, echt schick. Ob ich die jetzt natürlich aufsetzen werde, da muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Deswegen lasse ich auch diesen hässlichen Aufkleber erstmal noch da dran, denn es kann ja durchaus möglich sein, dass ich die irgendwie verschenke, verkaufe, vertausche, whatever. Und die meisten mittlerweile, ich frage mich immer noch warum, laufen ja, wenn sie so eine Snapback aufhaben, mit diesem absolut hässlichen Aufkleber darauf herum. Ich finde das komplett Banane, aber das muss ja jeder selber für sich entscheiden. Auf jeden Fall ist die grundsätzlich erstmal richtig schick, dieses Snapback, nur ich werde sie höchstwahrscheinlich nicht behalten, dementsprechend auch nicht tragen. So, dann gucken wir mal, was wir hier Schönes haben und das gefällt mir doch auch schon wieder richtig gut. Und zwar haben wir hier ein Marvel-Kartenspiel. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ist das jetzt irgendwie normales Spielkarten-Set, einfach nur mit Marvel drauf, was ich auf jeden Fall auch sehr schick fände. Ja, so sieht es aus. Ich lasse das auch erstmal noch eingeschweißt. Hier habt ihr aber auf jeden Fall schon mal ein Beispiel. Der Joke, das ist der Joker und, ja, richtig geil, also mit schönen Marvel-Zeichnungen. Aber das lasse ich, wie gesagt, erstmal noch zu. Das werde ich, denke ich, auf jeden Fall behalten, weil ich bin ja ein riesengroßer Marvel-Fan. Und Marvel-Spielkarten, wer weiß, vielleicht kann man auch aus diesen Spielkarten noch irgendwie was basteln oder so. Mal schauen. Dann haben wir hier eine kleine Süßigkeit. Rollerbelter oder so? Das kenne ich gar nicht. Doch, obwohl, das sind doch diese riesig langen, süßen, ja, was ist, wie nennt man das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das kann man so lang ziehen und dann ist das irgendwie sauer oder süß oder whatever. Ich kenne das auf jeden Fall nicht so eingerollt, sondern immer nur so eine lange Bahn. Ja, so, das dazu. Dann haben wir hier, wenn ich das richtig sehe, noch zwei Sachen. Und zwar haben wir einmal eine Game of Thrones Tasche, so wie ich das sehe. Okay, ich packe die mal unter großem Knistern aus. Oh Gott. Okay, das sind diese, ich sag jetzt mal, neu modernen Männertaschen. Das heißt jetzt nicht, dass nicht eine Frau auch diese Tasche tragen könnte. Aber, ich glaube, die ist ein bisschen, irgendwas passt da nicht so ganz. Weil, ich weiß nicht, seht ihr das hier? Bei diesem Druck. Ich weiß nicht, ob man da einmal nass rüberwischen muss oder so. Das ist so, da ist irgendwie ein bisschen, das ist ein bisschen komisch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das eine Game of Thrones Tasche. Winter is coming. Ja, also damit habe ich auch überhaupt gar nichts zu tun. Deswegen schade. Und jetzt haben wir noch etwas, womit ich überhaupt nichts zu tun habe. Aber, hatte ich zumindest noch nie in meiner, in einer meiner Lootboxen drinne. Und zwar ist das eine Dorpsfigur. Eine Fallout Dorpsfigur. Power, äh, Armor. Ja, das ist vor allen Dingen auch ganz cool gemacht, dass die von beiden Seiten, äh, auf ist. Das finde ich nicht schlecht. Und, ja, das, äh, also es scheint mir tatsächlich so, als ob diese Lootchest hier echt der nächsten Lootbox auf Wanderschaft große Dienste erweist. Denn die steht ja auch noch aus. Habt noch ein bisschen Geduld. Ich bin da momentan noch dabei, so ein bisschen die Regeln zu verfeinern. Aber, die Lootbox auf Wanderschaft 2.0 wird kommen. Das kann ich euch so sagen, wie es ist. Ja, deswegen. Also, hier ist, äh, echt viel für diese Box drinne. Wir schauen jetzt mal hier ins Spoiler-Heftchen für den, äh, September 2018. Und gucken mal, was hier so Schönes, äh, drinne ist. So, jetzt fangen wir mal mit dem T-Shirt an. Und zwar, okay, ähm, was gibt es Schöneres als ein leckeres Barbecue mit Freunden bei gutem Wetter? Dazu natürlich am besten Fleisch, Fleisch aus gutem Anbau. Dies ist definitiv ein Barbecue, das der beliebten Überlebensgruppe auf The Walking Dead im Gedächtnis bleiben wird. Alles klar. Also, dieses Shirt ist von The Walking Dead. Das heißt, jetzt sind wir komplett raus, denn diese Box hat eigentlich für mich zumindestens, was die Franchises angeht, gar nichts für mich zu bieten. Ähm, also, ja, äh, dann haben wir noch natürlich, äh, den, die Dorps-Figur von Fallout, das Marvel-Karten-Spiel. Das ist, ja, äh, das Einzige, was ich, äh, sozusagen richtig, äh, ja, vom, vom Franchise her, was mich richtig anmacht, sag ich jetzt einfach mal so. Die Game of Thrones-Umhänge-Tasche, die Süßigkeit und die C64-Snap-Bag. So, ihr wisst, dass ich trotzdem, wenn zum Beispiel, wenn ich auf irgendeinem Franchise nicht stehe, dass ich trotzdem manchmal sage, hey, das ist für mich das Item des Monats aus dieser Box. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde einfach, weil es so ein richtig geiles Design hat, das T-Shirt diesen Monat extrem geil. Auch wenn ich mit The Walking Dead überhaupt nichts am Hut habe, aber das ist einfach geil. Ich finde das top, echt, das sieht richtig schick aus. Und deswegen ist das T-Shirt im September bei der Loot-Chest mein Item des Monats. Jetzt seid ihr am Start, jetzt könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer Item des Monats ist. Das würde mich nämlich definitiv mal interessieren. Ihr könnt mir natürlich auch gerne reinschreiben, was euch überhaupt nicht gefällt. Das ist immer ziemlich interessant zu wissen, definitiv. Und ansonsten war es das auch schon wieder. Ich bin damit raus, sage vielen Dank fürs Zuschauen und hoffe natürlich, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Bernie81. Tschüss. Tschüss.